Uwe, du hast in Frankfurt dein erstes Tor geschossen. Leider habt ihr trotzdem verloren. Konntest du dich freuen? Nicht so wirklich, natürlich nicht. Also der Anschlusstreffer fiel ja schon relativ spät und da kam natürlich nicht mehr die große Freude auf, zumal wir dann am Ende auch 3-2 verloren haben. Klar, für einen persönlich ist es ganz schön, mal ein Tor zu schießen, aber man hofft natürlich, dass das Punkte bringt und das hat es diesmal nicht gebracht. Ich hoffe natürlich bei meinem nächsten Tor, dass es vielleicht mal ein Führungstreffer ist oder ein Ausgleichstreffer ist. Jetzt hast du dich ja nach dem siebten Spieltag eigentlich schon fast als Stammspieler etabliert. Läuft eigentlich ganz gut, oder? Genau, ich hatte einen etwas holprigen Start, aber jetzt die letzten vier Spiele habe ich von Anfang an gemacht und ich bin jetzt auch ganz zufrieden, wie es gelaufen ist und hoffe natürlich, dass ich jetzt in der Mannschaft bleibe. z Bis zum nächsten Mal.